Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Schön, dass wir wieder eingeschaut haben zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Und heute geht es ran, dass wir uns ein Schlumpfhäuschen bauen. Die Schlümpfe, hast du bestimmt schon mal gesehen hier, Babaschlumpf oder Schumpfine, sind ja bekannte Gesichter. Heute wollen wir uns auch ein Häuschen von denen bauen. Und weil ich ja weiß, ihr mögt das Ganze, wenn ich das einrichte, von daher richten wir es heute auch ein. Ja, dann kannst du auch in Survival super überleben, ist alles drin, was man braucht. Und daher, Blöcke in die Hand, fangen wir an. Wir beginnen für unser Schlumpfhäuschen erstmal heute mit ein paar ganz normalen Pilzstämme. Dann holen wir uns steinzige Blöcke raus, davon haben wir die Treppen wie noch eine Fichtentür. Und zuallererst wollen wir uns den Grundriss von unseren Häuschen ziehen, das heißt erstmal die Pilzstämme raus. Da setzen wir erstmal fünf Blöcke hin, jeweils mal an der Seite ein. Dann kommt wieder unser Fünfer und das ist an sich, sag ich mal, unser Grundmaß für unser Pilzshäuschen, sobald wir das haben. Ziehen wir das natürlich einmal so ringsherum. Und dann wollen wir auf unseren Fünferflächen insgesamt nochmal zwei weitere Blöcke einmal raufsetzen und oben mit einem Zipfel rauf. So, das machen wir hier einmal auf wieder Seite. Bei dem Fünfer einfach hier zweimal so in dreier in der Mitte. Zack, Zipfel rauf und fertig. Sobald wir das denn hier auf jeder Seite haben, wollen wir natürlich noch die Seiten zuziehen. Da setzen wir einmal hier in der Mitte bei den einer einen rauf. Und dann gehen wir einfach zur Seite, zack, zack, zack. Und ziehen das hier einfach so lang. Hier oben hinter den einer können wir das auch ruhig langziehen. Und auf der anderen Seite eigentlich genau das gleiche Spiel. Na, das ist nicht kompliziert, das ist ganz simpel. Zack, hier einfach ran, zack, zack, zack. Und dann können wir hier das einmal langziehen bis zur anderen Seite. So, bei mir nur noch hier die Vorderseite. Ganz simpel können wir uns das hier einfach mal zuziehen. Zack, wunderbar. So, sobald wir das Ganze haben, wollen wir jetzt auch unsere Tür basteln. Von jetzt an kannst du dir immer noch sagen, auf welcher Seite soll denn die Tür sich befinden. Ja, das ist jetzt eigentlich relativ noch offen. So, ich würde mal natürlich hier sagen, wo ich mir immer einen Weg habe, kommt ja dann auch meine Tür hin. Von daher nehme ich meine Steinziegelblöcke und schlage mal hier vorne dieses 3x3-Feld einfach mal weg. Setz mal an den Seiten dann einfach mal zweimal hier, würde ich mal sagen, einfach mal meine Steinziegelblöcke hin. Da dann einfach nochmal zwei Treppen so zur Seite weg. Und eine umgedehelte in der Mitte hin. So, da können wir natürlich einmal unsere Tür reinsetzen. Und was fällt uns auf? Wir haben ja an der Seite jetzt so Treppen gemacht, damit der Eingang natürlich so ein bisschen abgerundet ist oben. Das heißt, wir müssen mal auf die Innenseite fliegen und hier einfach oben in der Ecke nochmal zwei weitere Pilzstemme uns einmal hinsetzen, damit das natürlich von außen nicht mehr zu sehen ist. Sobald wir das haben, können wir diese Blöcke einmal wegtun. Denn jetzt fangen wir an, auch oben den Pilz raufzusetzen. Das heißt, wir nehmen mal ein bisschen, ja, hellblauen Beton. Das ist jetzt, sage ich, von mir die Pilzfarbe. Du kannst jetzt jede Farbe nehmen, die du möchtest. Soll dein Pilz rot sein? Soll er gelb sein? Soll er grün sein? Soll er pink sein? Kannst du dir aussuchen. Danach wollen wir natürlich noch so weiße Flecken auf den Pilz machen. Ich empfehle dir einfach mal glatten Quarz. Weil der glatte Quarz, da gibt es ja die Treppen und Stufen, hast du nicht gesehen. Und die sind ja perfekt, sage ich mal, miteinander zu verbinden. Ohne, dass man da großartig sieht, ey, das hat irgendwelche, sage ich mal, Strukturen drin zu erkennen. Hat es ja nicht. Das ist ja in ein. Von daher empfehle ich dir das einfach mal für die Pilze. Du kannst dich auch gerne ein bisschen ausprobieren mit anderen Treppen und so von der Farbe her. Vielleicht gefällt dir noch was anderes besser. Aber sonst empfehle ich dir das. So, weil ich ja natürlich jetzt hier einen roten und einen gelben schon habe, nehme ich mal als Farbe einfach mal den hellblauen Beton. So, und dann wollen wir auch noch gleich anfangen, unseren Schornstein in uns reinzubasteln. Von daher nehmen wir auch noch gleich ein bisschen Bruchstein zur Hand. So, allererst geht es mit unserem Beton ran. Da wollen wir uns erstmal einen Kreis lang ziehen. Der Kreis hat ein Maß von fünf Blöcke erstmal an den Seiten. Und dann gehen wir schräg zur Seite weg, jeweils hier zwei Blöcke. Und dann kommt wieder hier, sage ich mal, unser Fünfer. Und dann können wir wieder zwei Einer jeweils hier zur Seite einmal gehen. Und das ist an sich so das Maß von unserem Kreis, was wir hier haben. Das ziehen wir hier einmal wie immer erstmal lang. Und sobald wir unseren Kreis dann hier einmal rumgesetzt haben, könnt ihr alles, was jetzt, sage ich mal, hier unten noch so frei ist, wo man, sage ich mal, so Luft hat. Da liegen wir einfach nochmal hier, würde ich mal sagen, eine blaue Betonschicht hin. Ach komm, da können wir hier gleich alles gerade hier einmal zuziehen. Wunderbar, so, wunderbar. Jetzt wollen wir das Ganze uns auch gleich mal hochsetzen. Das heißt, wir setzen erstmal hier auf unseren Fünfer einen Dreier hin. Das machen wir erstmal auf jeder Seite. Und sobald wir dann hier überall einen Dreier drauf haben, geht es jetzt weiter, dass wir jetzt, sage ich mal, auf der zweiten Ebene hier einfach erstmal zwei raufsetzen. Gehen hier einfach so eine Reihe wieder höher und gehen hier wieder zwei runter. Ne, dass wir das hier einmal so umschlagen. Da in der Mitte oben können wir wieder drei Blöcke raufsetzen. So, das machen wir erstmal auch wieder auf jeder Seite. Erstmal zwei, einen hoch hier, einmal rüberziehen und hier wieder runtergehen. Ne, das ist eigentlich ganz einfach. Das kann man ja auch jetzt alles synchron einmal machen, bevor man ganz oben nochmal die drei raufsetzt. So, machen wir sie nochmal auf der Rückseite. Wunderbar. Also ganz simpel machen wir unseren Pilz hier. Dann nochmal drei oben drauf. Und danach müssen wir nur noch die Seiten hier einmal zuziehen. Und das ist eigentlich genau das gleiche Spiel, wie wir es gerade eben gemacht haben. Also einfach hier. So, setzen wir einfach mal, würde ich mal sagen, zwei Blöcke hier rauf. Und dann gehen wir wieder hier zur Seite weg, einen hoch und hier wieder einmal alles rumschlagen. Und so gehen wir eigentlich auch hier wieder runter. Ne. Eigentlich ganz simpel. Ne, da machen wir uns nicht so kompliziert. Wir schlagen das hier wieder einmal rum. Zack, gehen wir wieder so treppenartig runter. Und dann hier wieder hoch und wieder zack, rüber und wieder runter. Sobald wir das Ganze haben, gehen wir jetzt aber einen anderen Weg vor, als wir jetzt die ganze Zeit hier gemacht haben. Und zwar, wir fliegen mal auf unsere Vorderseite hin, da wo unsere Tür sich befindet. Und lassen jetzt einfach mal hier zur Seite zwei Blöcke Platz und setzen uns zwei hin. So, das machen wir auf jeder Seite. Lassen hier zwei Blöcke Platz, zwei hin. Ne, das ziehen wir dann so einmal rum. Und sobald wir das Ganze herumgezogen haben, können wir hier oben drauf, würde ich mal sagen, einfach mal das Ganze einmal zuziehen. Das können wir ruhig machen, das ist nicht schlimm. Das ziehen wir hier mal zu. Wunderbar. Und sobald wir das haben, wollen wir uns hier drauf eigentlich wieder so ein bisschen, sag ich mal, das Maß machen, wie wir es hier haben. Nur, dass wir jetzt auf der Seite hier einen Block einfach Platz lassen, zwei hin, gehen zur Seite, wir einen Block hier Platz lassen, zwei hin, wieder zur Seite. Nur, dass wir hier auch wieder uns das einmal so lang ziehen. Die mittlere Fläche hier kannst du wie immer einmal komplett ausfüllen. So, und dann haben wir unseren Pilz von der Form schon mal fertig. Jetzt würde ich mal sagen, dass wir unseren Schornstein uns einmal reinbasteln. Und zwar fliegen wir einfach mal auf die Rückseite von unserem Pilz hin. Und wir haben ja, sag ich mal, hier oben uns, sag ich mal, hier die letzte Fläche gemacht. Und auf der Rückseite hier bei diesem Zweier. Da schlage ich den mal weg und mache mir hier dann hier einfach mal so, zack, so ein Plus hin. Das ist unser Schornstein. Da können wir auch gerne mal hier schon mal das Loch reinhauen in unser Dach. Und dann würde ich mal sagen, können wir das jetzt hier auch einmal so nach unten ziehen. Da tauschen wir einfach mal die Blöcke so ein bisschen aus durch unseren Bruchstein hier. So, alles was man sieht, können wir austauschen. Hier, den können wir auch austauschen, wunderbar. Ich würde dann einfach den Schornstein einfach nur eine Blockreihe höher setzen, als wir, sag ich mal, jetzt hier in unser Dach haben. Denn der wird später noch ein bisschen erweitert. Wir nehmen ja noch Treppen und dann passen wir das Ganze noch ein bisschen besser an. So, jetzt wollen wir uns, sag ich mal, so ein bisschen hier unsere weißen Flecken reinmachen. Da kannst du dich jetzt einfach ein bisschen austoben. Da gebe ich dir jetzt nicht jetzt hier vor, sitzt da und da ein Block hin. Das ist jetzt Quatsch. Denn wir müssen dir das einfach nur so ein bisschen anpassen. Das heißt, du fängst erst mal mit den Blöcken an. Du schlägst dir alles so ein bisschen weg. Du tauscht dir so ein paar Blöcke aus, wo du meinst, okay, da will ich jetzt unbedingt die weißen Flecken haben. Da soll das unbedingt hin. Ich würde dir sagen, übertreib das nicht zu doll. Also mach jetzt nicht alles weiß, halt nur so ein bisschen, wo du sagst, okay, das reicht mir so. Und dann würde ich dir auch sagen, machst du mehrere Flecken. Das heißt, mit einem würde ich mich jetzt nicht zufrieden geben. Das heißt, ich mache mir jetzt hier nochmal einen auf der Rückseite. Der muss jetzt nicht so groß sein. Ich würde mir so einen Hauptflecken machen und ein paar kleine. So, dann mache ich mir nochmal einen hier auf der Seite. Und dann musst du mal gucken, wie du das machst. Entweder machst du dir erstmal nur halt in einer Farbe das Dach und kopierst dir dann das Haus. Denn ich sage mal, wenn du, sag ich, erst die Flecken drin hast und dir das Haus dann kopierst, dann siehst du es ja jetzt hier bei den zwei, habe ich halt immer die gleichen Flecken drin. Das sind ein bisschen alles zu doll gleich. Also würde ich dir eigentlich empfehlen, wenn du dir so ein richtiges Schlumpfdorf basteln willst, dass du dir erstmal in einer Farbe das Dach machst und dir das dann kopierst. Und im Nachhinein, wenn das Haus komplett fertig ist, dann die Flecken reinbauchst. Weil dann könntest du für dein Dorf dann immer verschiedene Flecken machen. Naja, muss mal gucken, wie du das machen willst. So, aber jedenfalls, ich habe mir jetzt drei Flecken gemacht. Das reicht mir völlig aus und wir die jetzt noch verfeinern. Dafür nehmen wir jetzt natürlich unsere Treppen und Stufen. Du fliegst dir einfach hin. Du kannst auch gerne ein paar Blöcke austauschen, wie du willst. Und dann setze ich mir einfach ein paar Treppen hin und Stufen einfach noch dazu. Das würde ich auch oben einem auf der Spitze dir empfehlen. Dass du dir einfach hier, so, zack, einfach nochmal so ein paar Stufen hinsetzt. Weil dadurch spitzt sich hier unser Dach auch noch ein bisschen zu. Und sieht halt einfach richtig cool aus. Also wie so ein Pilz halt, ne? So, dann mache ich mir hier noch was hin, da was hin. Da setze ich mir noch eine Treppe hin. Lass die vielleicht auch mal so anecken. Ne, kann man ja machen. Warum nicht? Und ich finde, das sieht immer noch cool aus. So, das reicht mir eigentlich schon auf der voller Seite. Und dann würde ich das jetzt, sage ich mal, hier noch ein bisschen verfeinern. Das heißt, ich finde das jetzt doof, wie das so aussieht. Also von daher setze ich mir jetzt hier einfach mal eine Treppe hin. Gut, mache ich mir noch so einen Block hin. Treppe, na, vielleicht mache ich mir doch noch ein größeres, eine größere Flecke hier hinten hin. So, zack. So, das sage ich mal. Weil der Schornstein hier so ein bisschen, sag ich mal, in unseren Pilz so richtig reinwächst. Dass man das gar nicht mehr so richtig erkennt. Schade, dass es nicht irgendwie noch bunte Betonstufen gibt. Weil dann könnte man das hier auch noch so ein bisschen machen. Jetzt müssen wir uns natürlich hier noch so ein bisschen austoben. Vielleicht mache ich auch wieder was weg. Mal schauen. Ba, 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 ba. Ja, man sieht schon, man muss ein bisschen rumexperimentieren, wie man sich, sag ich mal, dann hier das Ganze ein bisschen basteln will. Einfach ein bisschen rumspielen halt, ne? Von den Stufen her. Ja, kann man sich auch gut gern Zeit lassen. Na ja, man kann da ein bisschen rumspielen. So, ja, das kann man immer noch im Nachhinein machen. Jetzt würde ich mal sagen, kommen wir ein bisschen zu den Feinheiten. Für die Feinheiten von unserem Schlumpfhäuschen brauchen wir ein bisschen abgezogene Fichtenholzstämme. Also die, wo ihr keine Rinde habt und auch keine Jahresringe. Dennoch haben wir so ein bisschen die Fichtenholztreppen davon, die Stufen, die Falltüren und ein paar normale Eichenfalltüren. Kannst auch gerne andere nehmen, musst mal gucken, was dir da so gefällt. Und ein bisschen Bruchstein. Ich komme jetzt erstmal zum Bruchstein. Den möchte ich mir eigentlich nur da verwenden, um auf unseren Schornstein oben noch die Treppen hinzumachen. Und dann ist der Schornstein von außen schon mal so fertig. Wir bearbeiten ihn später noch im Haus. Und apropos im Haus. Da wollen wir uns jetzt auch gleich mal noch ein paar Fenster reinhauen. Wir fangen unten auf unserem Schlumpfhaus an. Es befinden sich, würde ich mal sagen, bei mir jetzt hier zwei Fenster an den Seiten hin. Man kann sich auch gerne mehr Fenster machen, wenn man möchte. Wenn du sagst, okay, ich will jetzt hier auf der Seite eins haben, auf der Rückseite eins haben und auf der anderen Seite eins haben, kannst du dir auch natürlich drei machen. Ich mache mir jetzt insgesamt nur zwei auf den Seiten hin. An den Seiten natürlich die Falltür. Man kann, wie gesagt, auch hinten gerne eins machen. Aber wir richten uns das noch ein. Und ich denke mal, zum Einrichten wäre halt irgendwie schön eine Wand zu haben, wo man auch was platzieren kann, als wenn man überall die Fenster hat. Und daher würde ich das so machen. Die Fenster würde ich noch bestücken mit einfach ein paar Stufen. Weil dadurch kommen dann auch, sage ich mal, keine Monster in euer Haus rein. Das ist dann komplett safe. Nee, passt nichts durch. Und ihr könntet euch vielleicht auch noch so ein paar Schlumpfbären, Sträucher euch vorm Fenster platzieren. Das heißt, wenn dann doch mal so ein Zombie kommen sollte, dann hängt er sich hier fest und fügt sich noch Damage schon. Das wäre ja auch cool. Ja, dann gibt es jetzt auch natürlich im Spiel Schlumpfbären. So, auf der anderen Seite natürlich auch noch die Stufen hin. Und dann wollen wir die Stufen noch verwenden, um so ein bisschen, sage ich mal, unser Pilz abzustützen. Das heißt, wir setzen hier an den Seiten jeweils immer zwei Stufen hin und lassen dazwischen immer so quasi einen Block Platz und setzen hier einfach wieder so eine Stufe hin. Dadurch stützen wir das Ganze hier einmal ab. Und das ziehen wir hier auch wieder einmal lang. Und dann wollen wir uns nun oben ein weiteres Fenster uns einmal platzieren. Das kannst du dir auch wieder so verteilen, auf welcher Seite du möchtest. Entweder auf der Seite oder auf der Seite hier. Ich baue mir das jetzt einfach mal auf diese Seite rein. Das heißt einfach, ich nehme meine Stämme und platziere mich hier an der Seite. Zwei Stück davon und zwei Stück auf der Seite. So, die Mitte hier können wir einmal frei hauen. Ah, hier drin können wir auch so einmal frei hauen. Das macht nichts. So, dazwischen platziere ich mir einfach mal zwei Stufen. Und auf meinen Baumstäben platziere ich mir einmal so eine Treppe und eine... Ah, nee, halt. Hier machen wir uns so eine Treppe hin und auf dem Baumstamm so eine, die so anneckt. Genau. Nicht, dass ich euch das hier andersrum erkläre. So, dann machen wir halt nochmal hier vier Treppen oben drauf. Und dann machen wir halt hier hin. Einfach oben so als Spitze. Natürlich können wir jetzt hier drunter natürlich das einmal so austauschen und einmal hier, zack. So eine... Ja, oder machen wir einen Block hin, machen wir einen Block hin. So, dann haben wir eigentlich auch dieses Material komplett verbaut. Jetzt haben wir unser Schlumpfhäuschen an sich schon fertig. Jetzt wollen wir es natürlich noch einrichten. Das heißt einfach, wir nehmen uns mal ein paar Tropenholztreppen, Stufen, Pfeiltüren, dann noch ein bisschen Fichtenzaun, nochmal die Stufen davon und nochmal die Treppen, die wir ja so ein bisschen schon gerade eben hatten. Holen wir uns noch den Eichenholzstufen raus, dann ein paar schöne Trichter und ein paar... Na, wo kann ich es platzieren? Wo kann ich es platzieren? Wo kann ich es platzieren? Hier. Einfach ein paar Laternen. Die holen wir uns auch noch raus. So, dann begeben wir uns mal unsere Schlumpfhütte und wollen uns die jetzt natürlich noch einmal einrichten. Zuallererst müssen wir nochmal eine Stufe hier mal wegpacken. Ich packe jetzt einfach mal kurz die Eichenholzstufe hier mal weg und nehme nochmal kurz den Pilzstamm. Denn unten wollen wir uns natürlich auch noch die Wände ein bisschen ziehen. Das heißt einfach, ich platziere mir jetzt hier einfach mal meine Pilzstämme an den Seiten so, dass ich hier immer noch so eine 3x3-Fläche habe. Aber das mache ich hier einfach mal auf jeder Seite, dass wir die auch ein bisschen so einrichten können. Und auf der Vorderseite bei der Tür will ich das Ganze auch noch mal so ein bisschen leicht verstärken. Und über der Tür setze ich mir einfach noch eine Treppe hin, weil ich finde, das sieht immer schöner aus, wenn man darüber noch eine Treppe sie einfach platziert. Dann wirkt das Ganze doch ein bisschen größer. Und dann würde ich mal sagen, erhöhen wir das Ganze mal hier um noch eine weitere Reihe. Einfach hier überall nochmal eine weitere Pilzstammreihe mal raufsetzen. An den Seiten. Wunderbar. Und dann können wir jetzt schon die Decke uns einmal reinziehen. Das heißt einfach mal jetzt hier oben, bei der letzten Pilzstammreihe, setzen wir einfach mal unsere Stufen hier hin. Und dann schnappe ich mir jetzt noch mal hier kurz meine Reichenhaltsstufe, denn die wollen wir gleich mal da rauf platzieren. So, erstmal Decke ziehen. Und dann können wir hier oben, sage ich mal, die Fläche hier einmal komplett so, zack, schön mit unseren Stufen ausfüllen. Und dann fällt dir dann auch gleich auf, was du, sage ich mal, noch ein bisschen zuziehen kannst mit unserem Pilzdach. Das siehst du ja schon an den Seiten. Überall, wo du Lücken hast und so, kannst du natürlich auch gerne irgendwelche Nutzblöcke dir reinbasteln, in solche Lücken. Dann kannst du Werkbänken und sowas dir verstauen. Oder du sagst, will ich nicht, dann machst du dir einfach hier deine, ja, dein Pilz hier einfach mal ein bisschen überall rein. Bei mir ist jetzt hier der blaue Beton. So, und dann haben wir das hier alles so verkleidet. Den Rest kannst du dir eigentlich so lassen, weil dann kannst du die Flächen immer nutzen, noch zum Einrichten. Da würde ich jetzt nicht unbedingt das hier so doppelt zubauen. Da kannst du ja immer noch was platzieren. So, ich befinde mich jetzt erstmal wieder unten. Und würde mal sagen, hier würde ich mir gerne noch eine Lichtquelle machen. Das heißt einfach, ich suche mir mal hier so ein bisschen die Mitte raus. Die Mitte befindet sich hier. Und setze hier einfach mal eine Lichtquelle hin. So, nachdem wir auch ein bisschen Licht hier in der Bude haben, können wir das Ganze jetzt auch mal so machen, dass wir auch nach oben kommen. Das heißt, wir nehmen uns mal unsere Tropenholztreppe und würde mal sagen, die platzieren wir jetzt nicht genau in der Mitte des Raumes, sondern einfach, wenn ich jetzt hier vom Fenster einmal ausgehe, so zwei Blöcke zur Seite mal freilassen, Treppe hin. Dahinter könnt ihr eine Stufe setzen, dann nochmal eine Treppe rauf. Dann hier zur Seite einmal so eine Treppe und dann können wir schon mal so ein bisschen unseren Zaunnehmer nehmen und einfach mal drei Stück da einmal platzieren. Darauf kannst du dann auch wieder einfach hier so eine Treppe setzen. Und jetzt fällt dir auf, wir müssen hier schon mal langsam ein bisschen was weghauen, weil sonst kommen wir hier nicht nach oben. Und dann nochmal hier zur Seite würde ich nochmal was setzen. Darunter würde ich mal eine Falltür setzen. Darauf dann die Treppe und dann sind wir schon oben. Sobald ich sage ich mal unseren Weg nach oben uns so geebnet haben, können wir jetzt oben, würde ich mal sagen, auch noch gleich eine Lichtquelle reinsetzen. Einfach mal oben die Mitte suchen. Da könnt ihr gleich euren Trichter reinsetzen und die Laterne wieder ran. Dann haben wir auch schon gleich mal Licht und ringsherum würde ich das Ganze hier noch einmal so frei hauen. Falls das bei euch jetzt sage ich mir, wenn ich schon auch zu ist. Und tauschen wir das Ganze mal so ein bisschen aus durch meine Fichtenholz-Treppen. Einfach hier mal so lang setzen und dann haben wir hier oben das Ganze auch gut abgestützt. Und dann muss ich mal kurz überlegen, ob wir noch irgendwas hiervon brauchen. Nee, von diesem ganzen Material brauchen wir nichts. Man könnte höchstens doch vielleicht hier, sage ich mal von seiner Treppe, was hier so abgestützt wird mit dem Zaun, noch einmal in der Mitte hier so austauschen durch den Eisengitter. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Sieht optisch gut aus. Kann man ja ruhig machen. So, eine Sache bleibt noch und zwar müssen wir unseren Schornstein uns noch basteln. Das heißt, wir holen uns mal ein paar steinzige Blöcke raus. Davon die Treppen und Stufen sind dabei. Dann holen wir uns noch ein paar glatte Steinstufen raus. Denn ein Lagerfeuer. Nehmen wir jetzt das normale oder das blaue Lagerfeuer, wie du willst. Und dann holen wir uns noch ein Heubein raus. Denn durch Heubein, sag mal hier, machen wir erstmal ein normales Lagerfeuer. Das qualmt halt so nur ein bisschen. Aber sobald du da ein Heubein drunter hast, qualmt das noch viel mehr. Und da würde ich dir das einfach mal empfehlen, dass wir noch ein Heubein dazunehmen. Muss man aber nicht, kann man machen. Du siehst schon, das qualmt schon viel höher. So, wir gehen einmal nach oben in unser zweites Stockwerk. Denn hier möchte ich mir gerne mein Lagerfeuer einmal platzieren. Den Heubein kann ich mir gerne schon mal in den Boden setzen. Darauf dann mein Lagerfeuer. Und links rum wollen wir jetzt, sag ich mal hier, würde ich mal sagen, an den Seiten hier schon mal zweimal hier so ein steinziegel Block platzieren. Da unten würde ich mal sagen, einfach mal hier so eine Treppe setzen wir uns hin. Davor setze ich mir einfach hier noch meine Steinstufen hin. Hier mache ich mir das Ganze mal so lieber zum Block. Das sieht auch nicht schlecht aus. Und dann würde ich sagen, tausche ich mir hier noch mal ein bisschen was aus. Und zwar durch einfach mal meine steinziegel Blöcke. Und da müssen wir dann vielleicht draußen das da auch noch mal ein bisschen verfeinern. So, hier setzen wir dann einfach mal meine Stufe und Treppe hin, um das Ganze anzupassen. Dann ist eigentlich hier schon unsere Lagerfeuerquelle fertig. Du kannst auch gerne hier an der Seite auch Blöcke hinmachen, wenn du das schöner findest. Aber ich finde wie mit Treppen wirkt das Ganze da auch nicht schlecht. So, und dann würde ich mal sagen, gehen wir noch mal kurz raus und passen mal kurz das Dach an, was ich gerade eben gesehen habe. Und falls es bei dir dann auch so sein sollte, dass man hier vielleicht, sage ich mal, jetzt den anderen Block sieht, dann machst du einfach so mit deinen Treppen hier draußen, dass man das gar nicht sieht. Kann man ja auch mal. So, dann haben wir unser Pilzholzchen schon fertig. Eine Sache fehlt natürlich jetzt nur noch das Ganze optisch schön gestalten, wie man das, sage ich mal, hier noch so ein bisschen machen kann. Zum Beispiel vielleicht so eine Papa-Schlumpf-Art, wie du das hier machen kannst. Natürlich würde ich mir unten einfach das Bett so ein bisschen hinmachen. So ein paar Bücherregale, so Papa-Schlumpf-mäßig, wie er wieder Zaubertränke und sowas sich hier ein bisschen herstellt. Kannst du vielleicht auch so einen kleinen Küchenbereich hier machen, mit einer kleinen Wasserquelle. Ein Ofen sollte drin sein. Oder vielleicht auch, oder mehr hier so ein Erfinderschlumpf oder Bastelschlumpf, wo du, sage ich mal, hier so ein bisschen dir was schmieden kannst. Unten hast du deine ganzen Öfen und Werkbänke hier. Und dann ist natürlich die Frage, wie du es dir oben gestalten kannst. Zum Beispiel jetzt hier bei denen, der mir bastelt, habe ich mir noch eine Rüstung gemacht. Natürlich noch ein paar Werk, dann Geschleifstein, was man hier machen kann. Natürlich jetzt hier bei unserem Kamin kannst du dir vielleicht auch noch so ein paar Brötchen backen oder so, wie du halt möchtest. Naja, da kann man sich halt so ein bisschen austoben, wie man sich gestalten will, was man so ein bisschen braucht in seinen Häuschen. Das kann man sich dann hier alles so ein bisschen halt reinpacken. Bei Papa-Schlumpf habe ich mir dann auch vielleicht noch hier so ein bisschen, wenn du, sage ich mal, so ein Papa-Schlumpf-Art mäßig bist. Dann natürlich noch ein paar Bücher hier oben gemacht. Dann vielleicht noch so ein paar Lesebücher sich hier zum Platzieren. Irgendwie so magische Sachen, was man hier so hat. Denn kann man sich das eigentlich auch alles hier sehr schön einrichten, wirklich. Licht haben wir auch. Wunderbar. Nun haben wir unser Schlumpfhäuschen uns gebastelt. Müssen wir natürlich nur einrichten. Kannst du natürlich davon noch mehrere bauen, um die dann in dein ganzes Dorf natürlich noch zu platzieren. Und falls du jetzt Interesse hast an Schlümpfe, um die sowas zu basteln, würde ich sogar vielleicht bei, würde ich mal sagen, 30 Likes eine eigene große Schlumpfbruch für euch bauen. Sogar noch mit Innenausbau, dass man die auch wirklich benutzen kann. Dafür würde ich mir auch, glaube ich, mal eine Woche Zeit nehmen, um die so richtig zu entwerfen. Die Baupläne und so habe ich schon. Ich habe mir da schon eine rausgesucht, falls wir das schaffen sollten. Andernfalls wird es noch definitiv von Gagame sein Häuschen geben. Darauf könnt ihr euch nicht drücken. Falls es jetzt schon gebaut ist, würdest du es schon jetzt zum Ende des Videos denn sehen bei der Verlinkung. Ansonsten bedanke ich mich für immer erstmal wieder fürs Zusehen. Wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dann oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also ausdrehen und tschüss.